Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Warte, ich nehme das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wartet! Nein! Stopp! Das war's halt von mir. Ich hab was entdeckt. Auf der Karte. Siehst du, hier ist was abgebrochen. N. Wartet! Wartet! Warte! An der Seite steht nur noch ein Krant. Nein, hier! Warte! Wir stehen dran. Wir hatten doch eine Tür mit einer 4-10. Horn eines Einhornes. Nach den Eiern. Eintracht haben wir auch gesehen. Zehn! Wir müssen mit dem Becher dahin gehen. Ja, mit dem Becher und dann auffüllen. Spaß! So sehen die Geister aus. Ein Licht dran. Habe ich auch schon gesehen. Darf ich mir die mal anrufen? Oh, ich seh den Kopf von denen. Ey, hier steht auch was! Da unten, da unten steht der Name! Markiert! Nein! 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 Das muss ja nichts bedeuten! Hey, da steht was! Ich habe eine Zutat. Hier steht etwas. Ich weiß auch, wo sie ist. Ich habe sie mit einem... Ich hab sie mit einem... Mit so einem Zeichen. Das sieht aus wie eine Sparung so drin. Warte! Deswegen ist da wahrscheinlich was drin! Das schüttelt... Greif da mal rein! Ey, geht mal her! Da! Da! Torgal! Torgal! Der Name ist Torgal! Jonathan, hast du Schlüssel? Das ist original, Junge! Nee! Das hier? Hast du Trauben? Ja! Ja! Torgal! Hab willst du Kohle? Ich hab sie schon! Nein, aber du brauchst doch neben 10, ne? Ach so, neben 10! Hast du 10? Nee! Was für Kupfer? Ich sammel Schwert und Seil! Ich sammel Schwert und Seil! Ich sammel Schwert und Seil! Ja! Kannst du mir gehen? Okay! Guck mal, er braucht Beutel! Ich, ich darf nicht! Ich brauch Beutel! Ich brauch Beutel! Ich brauch Beutel! Jahress Seil gegen Beutel! Hat jemand mit Linus Schild, dann kann ich dir das geben! Sie heißt die Quelle nahe der Drachenbohrn! Hast du alle versucht? Passt! Passt! Ja! Passt! Ja! Von dem habt ihr schon versucht! Ach! Das ist ein Stuhl! Ach so! Das ist vielleicht das Elbzeichen! Das war diese Tür, die nicht aufging! Wir müssen andersrum! Hey! Und genau! Und dort steht die Tür zum drauf! Wo müssen wir denn? Da müssen wir aber die Drachenburg suchen! Wo ist die Drachenburg? Da ist die Drachenburg! Da ist das mit dem Drache! Echt? Ja! Wollen wir die da mal gucken? Hm? Aber die alle sind, die sind abgehauen! Hier! 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 Was ist das für einen Scheiß? Ja das ist der! Das ist er! Wie heißt der? Und den hat der! Und den? Theodor Magnus! Kommt zurück! Theodor Magnus! Ja ich beschütze euch! Echt? Geil! Jetzt haben wir eine Leibwache hier! Wie ist halt da! Wenn du auch einen Feuerstab kriegst! Weil nachher kriegen wir Bedienung, mit der wir das Licht steuern können! Und wenn wir dann alle Feuer haben und wir alle rot sind, dann sind alle von uns Zauberern und sterben nicht! Jonathan! Jonathan! Hast du mit? Nein! Das ist jetzt ein roter Feuerstab! Und wenn das Licht jetzt auf rot ist, dann bin ich sozusagen unbesiegbar, dann kann ich nicht erledigt werden! Dass ist noch jemand! Stopp!!! Da ist der Feuer! Was hast du denn gesehen? Da ist er! Jetzt gehts hier rund! Nicht alle, alle fassen! Da, da war einer! Da! 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 Achtung! Treibt sie an! Fehlt ein Kreis! Nein, das geht nicht! Macht rotes Licht! Rotes Licht, Nils! Wo geht das? Da, das Licht! Scheiße, Mann! Wer traut sich ganz schnell reinzulaufen? Ich nicht! Ich auch! Scheiße! Alle zusammen! Alle für ein! Achtung! 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 Scheiße! Lass ihn! Ist er für immer tot? Ist er für 60 Sekunden, Mann! Ach du Scheiße! Er ist nur für 60 Sekunden tot! Nein, los! Heißer! Achtung! Warten ist das! Scheiße! Komm schnell! Komm schnell! Der Org, der hat echt wiese Tricks! Und der ist wirklich schieß! Ja! Joachim, ich war gar nicht verletzt und bin hier ausversehen! Können Sie sich eigentlich auch hiermit schützen? Ja, das ist ein Leben mehr, ne? Herr Org, warum dürfen wir wieder raus? Gar nicht mehr! Ihr seid mit Futter! Okay! Gott, Mann! Du siehst auch knuspigsten aus! Okay! Wo sind die anderen? Wissen die, wo die anderen sind? Keine Ahnung! Ich glaube, die sind drin! Ach! Ach! Lecker, Kinder! Ja! Ach! Der war nicht knuspig! Nicht durch, du Frau! Der Nächste! Hey, danke! Ach! Danke! Aber wenn ich euch kriege, dann ist der richtig knuspig! Ach! Ich bin nicht knuspig! Äh, kannst du mein Schwert knabbern? Nein! Oh Mann! Ich bin Marder! Oh Gott, geht an! Hilfe! Ich fand das super cool, dass der Org hier rumgelaufen ist. Ich fand's auch cool und fand's auch cool, dass Kinder als Org und Gegner und so waren. Ich fand's auch cool. Also ich fand's auch cool. Das war auch cool, als wir im Gefängnis waren. Ja, das war ein bisschen nett und spiel. Ja. Und dann ist er zu, dann ist er zu mir gekommen und dann hat er gesagt, also dann wollte er uns immer nicht essen, weil ich ihm meinen Bauch gezeigt hab und den extra dünn gemacht hab, weil ich zu mager war. Ich fand's auch schön unheimlich, als er dieser komische Typ, der da rausgeschossen ist und uns dann erschreckt hatte. Also das fand ich unheimlich, aber auch irgendwie lustig. Das mit diesem komischen Trolch fand ich witzig, weil er immer so rumgegangen ist und der war immer so wild. Und das war einfach witzig und cool. Ich fand das alles ziemlich toll. Ich bin jetzt ganz ausgewachsen. Warte, ich auch. Ich auch als Heiler. Das war bis jetzt der Beste. Ja, das mach ich auch nächstes Mal für. Ja. 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 Ja.